Jetzt geht es los mit dem Video. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Hallo zusammen. Dieses Video haben wir zusammen mit Familie Kies gedreht. Mama, mir tut ja halt so weh. Ach, alles gut, Stella. Das wird schon. Du musst keine Angst haben. Guck mal, wer da ist. Das ist ja die Paula mit der Ella. Hallo. Wegen was seid ihr da? Also wir sind hier, weil, naja, Stella, tust. Wir sind hier, weil Ella zu Kontrolle wegen ihrem Bein muss. Und, naja, sie hat auch in der Nacht wirklich sehr viel rumgehustet. Und ich habe dann gedacht, ich komme, Stella, wir gehen jetzt zum Kinderarzt. Und bei euch? Wollen wir ins Café gehen und zusammen ein bisschen Essen uns austauschen? Ja, gerne. Wir treffen uns gleich im Wartezimmer. Ella, zieh dich bitte so aus, dass ich dein Bein abtasten kann. Okay, Mama, kannst du mir bitte helfen? Klar, so fertig, mein Schatz. So, Ella, ich taste jetzt dein Bein ab. Tut das weh? Ja, aber nicht mal so stark. Frau Schmuckköpfchen, Ella muss weiterhin für zwei Wochen im Rollstuhl sitzen. In zwei Wochen machen wir einen Termin, dann bekommt Ella eine Schiene. Okay, was wäre denn noch frei? Der 10. April um 15.30 Uhr? Ja, der passt. Den nehmen wir. Im Handykalender eingetragen, fertig. Ella, du bist wieder angezogen. Ella, ich setze dich jetzt noch in den Rolli rein, dann geht es ab ins Wartezimmer zu Jenny. So, hier wären wir. Hier ist es doch voll schön, oder? Da kommt schon die Kellner. Hallo. Hallo, was darf es denn für Sie sein? Wir hätten gerne einen Tisch für vier Personen, wenn es das möglich wäre. Ja, klar, gehöre nicht doch. Kommen Sie doch mit. Hier drüben ist ein Tisch frei. Oh, ich sehe Sie sind schwanger, dann kriegen Sie noch einen Stuhl, der etwas bequemer ist. Ja, danke, das wäre nett. Okay, das sieht doch ganz gemütlich aus, oder? Hier gibt es richtig leckeres Essen. Sucht euch was aus. Ja, okay. Hallo, was darf denn zum Essen sein? Ich nehme eine Muffin und meine Tochter einen Donut. Okay, gern. Ich nehme einen Heidelbeerkuchen und meine Tochter einen Muffin. Ja, okay, das bringe ich Ihnen gern. Schmeckt sehr gut, wirklich lecker. Guten Appetit. Nachdem alle gegessen haben. Das war sehr lecker, Jenny. Sagt Bescheid, wenn ihr wisst, was Stella hat. Ja, das machen wir. Hier, ihr Geld. Danke. Gerne. Tschüss, Stella und Jenny. Grüßt Turm und Mina von uns. Ja, das machen wir. Grüßt auch eure. Tschüss. Ich bedanke mich nochmal bei euch herzlich für die 100 Abonnenten und mittlerweile 107 Abonnenten. Jens hat noch eine Überraschung für euch vorbereitet. Ja, ich fand den Johannes-Tanz von Familie Spielwelt so toll, dass es jetzt einen Jens-Tanz gibt. Danke für die 100 Abos. Los geht's. Ja. Bis zum nächsten Mal. Das war der Jens Tanz. Ich hoffe, er hat euch gefallen. An der Stelle grüße ich, Johannes Spielwelt, der Vater von Familie Morgen und Ohne Foto. So Schatz, ich beende dann mal das Video. Okay Schatz. Hallo zusammen, das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das heutige Video haben wir zusammen mit Familie Kies gedreht. Lasst Familie Kies bitte ein Abo da. Wir würden sich darüber sehr freuen. Wie fandet ihr den Jens Tanz? Ich fand ihn super. Wir sehen uns nächste Woche bei einem neuen Video. Tschüss. Hat euch das Video gefallen? Wenn ja, gebt uns einen Daumen nach oben. Wenn ihr bei Ella klickt, könnt ihr unseren Kanal abonnieren.